Echomete Touch keine Angst vor Fledermäusen Das Gerät verwandelt Ihr iPhone in einen Fledermausdetektor. Fledermäuse, natürlich kühle Kreaturen, aber angesichts der Art, wie sie im Dunkeln herumfliegen, sind sie nicht immer die einfachste Sache zu sehen. Wenn Sie die notwendige Ausrüstung haben, aber Sie finden Ihre Ultraschall-Echo-Lokation-Anrufe, die für jede Art einzigartig sind. Nun, weil Drive Acoustics neue und verbesserte Echomete Touch 2 wird behauptet, die richtige Ausrüstung zu sein. Und es funktioniert mit Ihrem iPhone. Das physikalische Gerät selbst, das ist ein hochempfindliches Mikrofon, steckt in den Blitzport eines iPhone, iPad oder iPod Touch. Bei der Arbeit mit einer kostenlosen App, nimmt sie auf und zeichnet die unhörbaren Anrufe von Fledermäusen auf, die über Kopf fliegen, verstärkt sie, sodass sie vom Benutzer gehört werden können. Es zeigt auch das Audio als interaktives Spektrogramm an und gibt Auskunft über die Art der Fledermaus. Das ist wahrscheinlich verantwortlich. Benutzer können eine Bibliothek erstellen, in der jede Aufnahme mit ihren GPS-Koordinaten markiert und auf Google Maps angezeigt wird. Und ja, die App erlaubt es Benutzern, diese Aufnahmen mit anderen Wart-Fans zu teilen. Der Echomete Touch 2 ist für Vorbestellung jetzt verfügbar. Preislich bei US$179. Für Fledermaus-Profis gibt es auch die anspruchsvolleren Echomete Touch 2 Pro, die $349 kostet. Der Versand beginnt am 5. Juni. Eine Android-Version beider Modelle wird im Herbst, nur dann Hemisphäre, erwartet. Stephan Finder